Es gibt eine Platte und es gibt auch noch ein Buch, das haben wir aber noch nicht. Die Platte erscheint auch erst wann? Am 6. März. Wie auch das Buch? Am 6. März wird das beides rauskommen und wie gesagt, zu einem Video hat es noch nicht gereicht. Aber was sich ansonsten hinter Oil, die sich so ein bisschen schreiben wie Pill, also Public Image Limited in den 80ern, verbirgt, das erklärt uns jetzt Stefan. Womit wir dann natürlich auch schon so eine grobe Marschrichtung haben. Wir sind im Gefilde des Pop-Punk und des Experiments unterwegs, wie Don Leines ja damals auch mit Pill gemacht hat, wo ja auch das Logo dran gemahnt, Oil ist nicht nur eine Band, Oil ist auch ein Autorenkollektiv. Man kennt die vier Leute, oder zumindest drei der vier Leute aus der Hamburger Szene, nicht Hamburger Schule, das ist wichtig, also es ist eher die alte Hamburger Szene um Studio Braun, um Rocco Chamoni, um die frühen Deichkont, der schon erwähnte Georg Klug soll Pate gestanden haben, für Leider Geil von Deich, Deichkind, Maurice Summ und Reverend Dabeler, kommen auch alle aus dem Deichkind-Umfeld, haben in unterschiedlichen Konstellationen Musik gemacht. Georg Klug hat mit Andreas Dora und einem Hamburg-Musical König der Möwen gemacht, mit dem wunderbaren Song Feelingsgefiele, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auf jeden Fall nicht googeln. Vierter im Bund ist ein Timor Mosch-Chirac, von dem nur überliefert ist, dass er Comic-Zeichner sei, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Also nicht die Bohne. Diese vier Herren machen jetzt, vier Herren um die 50 plus minus ein paar Jahre. Man muss vielleicht bei Maurice Summ noch zumindest der Vollständigkeit halber einfügen, weil das finde ich doch eigentlich ganz unwichtig. Erstens haben wir ihn schon zigmal in den letzten Jahren jetzt in der Sendung gehabt, weil er immer wieder in irgendwelchen Bands unter den unterschiedlichen Namen auftaucht, und er ist als Gründungsmitglied von den Türen und dann eben auch Gründer, weil dafür haben sie kein Label gefunden, Gründer eines eigenen Labels, ist der Label-Boss mit eines der wichtigsten deutschsprachigen Labels zurzeit, oder interessantesten Labels, nämlich Staatsakt. Ja, und ein Kinderband-Projekt hat er auch, Back Beans. Okay. Ja, und Maurice und die Familie Summen war auch mal ein Projekt. Das hat er, glaube ich, sehr gut gemacht. Genau, also alle sind sehr aktiv, die haben sich jetzt zusammengefunden, zu so einem Ding, ich würde es ein bisschen als Krautrock-Deichkind beschreiben. Eine ganz, ganz seltsame Mischung aus eben Krautrock, auch jassigen gefilmten, da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt sehr verstörte Saxophon-Soli immer mal wieder. Wir haben ja gelernt, Saxophon gleich Jazz. Nein, nein, aber ja, wo auch nur gesagt für Georg und Klug hat mal irgendwie so halbwegs versucht, Saxophon zu spielen, darum tut das jetzt halt auch. Sehr, sehr schräges Zeugs, ambitioniert, ohne dass man es ihm anhört, irgendwo so, landet am Ende irgendwo bei so einer Mischung aus Trio und Palais Schaumburg. Textlich auch schräg, das sind eben manchmal auch so typische Deichkind-Aufzählungen, wie bei der Unami-Hymne. Wixbold. Ja, Wixbold gibt es. Wie war das andere? Gibt es ein anderes Unami-Lied? Mein Gott. The Finest in Masturbation. Ach so, ja. DIY ist auch ein Wix-Lied. Es gibt aber auch... Aber es gibt sehr viel ums Wix-Lied. Es gibt aber auch vier ältere Männer auf eine einsame Fahrt gehen. Es startet aber auch mit einem Lied über Fracking und es endet mit einem 20-Minuten-Monster namens Naturtrüb, was eine große Beleidigung von Mutter Erde ist, die ja so dünnhäutig ist und so groß als Urknall gestartet und jetzt das Lonely Playland geendet. Sehr, sehr obskur, sehr schräg. Ich finde es aber auch sehr, sehr liebenswert, was die da treiben. Ja, es ist so ein Bandprojekt, wie bei vielen Sachen von Maurice Summ, denkt man beim ersten Hören erstmal so, ja, aber warum? Und wer hört sich das mehr als einmal an? Ist erstmal so der erste Gedanke. Dann ist es aber so, also ich finde für meinen Teil, man merkt halt immer, da ist schon sehr viel Liebe drin. Da ist, man kann sich schon vorstellen, die treffen sich und hauen einfach irgendwie raus, fangen ein bisschen an und so und vieles davon wird auch relativ schnell aufgenommen und auch genau so ist dann auf der Platte drauf. Aber da ist halt irgendwie trotzdem Können und Liebe ist halt vorhanden. Es wird halt nur nicht so ausformuliert, also es wird nicht bis zum letzten Exzess, sondern es wird halt irgendwie gemacht und da kommt halt viel bei raus, was was taucht und es kommen Sachen bei raus, die zumindest nicht doof sind. Also dieses Fracking-Lied. Musikalisch bin ich mir immer nicht so ganz sicher, höre ich mir das jetzt wirklich oft und gerne an, aber es macht natürlich zum Teil Spaß, wie der Deichkind-Verweis mit dem Krautrock, also das ist eben nicht typisch, es ist nicht die Deichkind-Musik, aber tatsächlich textlich sehr oft ein bisschen eine Ähnlichkeit. Und das letzte Lied, Naturtrüb, was du gerade angesprochen hast, man muss es erwähnen, es ist grauenhaft, wenn man es sich als Musiklied anhört, weil die letzten, keine Ahnung, Viertelstunde oder so, ist schreckliches Gejamme jedenfalls für mich. Kann ich, mag ich nicht hören, aber dafür der Text, den sie da an die Erde ablassen, ich habe so am Boden gelegen vor Lachen, es ist das Lustigste, was ich im Bereich der Musik lange gehört habe. Und dann fehlt auch noch die Zeile, es kann doch nicht der Sinn von Musik sein, einfach nur zu jammen. Ja, genau, Sie wissen es ja genau, und dann geht es auch schon los mit diesem fürchterlichen Jam, ja, ja, genau. Also das ist so dieser Diskurspop, das kann einem natürlich auch auf die Nerven gehen, dieses immer schlau, immer ironisch, immer so, aber es ist halt auch relativ gut gemacht und ich habe natürlich zugegebenermaßen an solchen gedanklichen, sprachlichen Spielereien und so, auch meine Freude insofern. Ja, also Spaß macht das auf jeden Fall schon, ich kann mir auch vorstellen, dass das live ein großer Spaß ist, also von daher, ja, vielleicht sogar der heimliche Gewinner heute, ich weiß es nicht. Tiger, wie ging es dir mit dem Album, mit dem Jazz? Ja, geiler Lall, ne? Ah. Also ist schon ein großer Spaß, wie du schon eben gerade sagtest, muss man, glaube ich, mal live sehen und wenn sie jammen, können sie das auch, also ich glaube, das sind aber nicht die vier, das kann man sich vorstellen, die müssen irgendwie Kumpels haben, weil da spielen recht gute Leute mit. Im Info steht halt auch, stimmt, da steht auch immer Musiker, Autor, Geheimwaffe, Bassspieler, er spielt Saxophon, der Geri und Flug, und bei Moris Sum steht aber, er ist bei Eul für Musik und Text verantwortlich, da fanden wir uns dann, ja, Moment, was machen denn dann die anderen überhaupt gut? Weil die versuchen da ja eine ganze Menge und die müssen schon ein paar Semester studiert haben, ne? Also da sind auch verminderte Quinten drin. Mein Gott, sagst du vor unterminderte Quinten, das ist ja Jazzpar-Excellent. Ja, aber dazwischen eben halt auch so der Punk-Gedanke, ne? Also ich wusste gar nicht, wo die Band herkommt, ich habe vorhin auch versucht zu googeln, hab da nichts gefunden, oder zu doof bin, ne? Aber jetzt so Rocco Chamonix, Palais Chamonix, da tun sich so einige Pfade auf. Und natürlich, was ich, also um Gottes willen, man muss, darf man auch nicht ganz vergessen, Foyer des Sars, finde ich, kommt auch noch, hört man auch noch sehr raus an einigen Stellen, dass man so denkt, das könnte auch eine Fortführung davon sein manchmal. Habt ihr, muss man vielleicht auch mal erwähnen und Reklame für machen, es gibt eine Auflage der alten Songs von Max Gold und Foyer des Sars, vier CDs, großartig, wundervoll. Ja, das ist auf jeden Fall sicherlich sehr, sehr spannend. Hier wissen wir jetzt auch nicht so genau, also ich bin mir relativ sicher, Maurice Summ singt definitiv häufiger auf diesem Album, weil die Stimme erkennt man wieder. Ja, aber es ist jeder auch mal dabei. Ja, das stimmt. Ich glaube, sie wechseln es. Irgendwie steht auch so was wie, jeder durfte mal auch, wenn er nicht spielen kann, oder irgendwie sowas. Es sind ja auch Musikuniversalisten, die eben halt mit John Colton wie mit The Clash aufgewachsen sind und mit der Hamburger Schule um Zickzack, so, um Bands wie Vielleicht Thors und wie sie alle hießen. Aber ich muss natürlich nochmal Jan ganz gezielt fragen, weil es sind ja deutsche Texte. Ich bin es so leid, ne? Ja, tut mir leid, aber... Du hast diesen Nimbus nun mal hier. Ich wollte es ja mögen, ne? Ah. Und dann dachte ich, naja, wenn die Musik nicht ist, dann guckst du vielleicht nochmal das Buch an. Und dann habe ich mir die Leseprobe von dem Buch auch nochmal durchgelesen und es wurde halt einfach nicht besser, weil das ist halt dieses postironische, ich meine nix ernst Pop-Ding, das irgendwie in den frühen 90ern cool war, aber auch nur für so ungefähr fünf Minuten und dann halt vorbei ist und irgendwie nicht sterben will, vor allem in der Musik geht nicht. Ist nicht. Und ich weiß, ich weiß nicht warum. Einfach nicht. Man tritt drauf rum und es geht nicht durch. Und es sind natürlich so, das sind fantastische Musiker, die wissen auch alle, was sie tun, aber... Also... Aber das ist auch... Also ich meine, das ist doch schon auch zum Teil, das kann doch, ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber es kann doch wirklich schwer unterhaltsam sein, dieses postironische. Ja, aber das ist eine ständige Anzitiere von irgendwelchem Zeug, weil ich der Meinung bin, dass Reich hat irgendwie Sachen mit Kontext an... Aber das ist doch deswegen nicht... Das ist doch nicht immer schlimm. Das ist ja alles so komisch leer und halt eigentlich seit 30 Jahren auch durch. Ne, das finde ich... Für mich zumindest. Es ist ja nichts mehr... Es hat ja den Charme des Neuen verloren. Also ich habe das Album gehört und dachte, naja, okay, Boomer. Und dann... Also es ging irgendwie nicht. Ich kann diese Art des Textschreibens kriege ich einfach nicht mehr. Ich mag es nicht. Ich finde ja, wir leben in einer Zeit, in der sozusagen alles gleichzeitig und damit nichts mehr so richtig in Mode oder angesagt oder cool oder durch ist. Ja, bis auf die Verfahrensweisen des deutschsprachigen Bob der frühen Neunziger, die finde ich... Das ist doch deine Meinung jetzt, würde ich sagen. Es stimmt natürlich, klar. Also durch ist irgendwie nichts. Aber es hörte sich für mich halt nach sehr altbackenem, postironischem Gewitz an. Na gut, nun kann ich ja zumindest nicht und du auch nicht komplett verleugnen, dass wir ja zumindest ein bisschen ein gewisses Alter erreicht haben und es gefällt uns. Und die Herren, die es machen, sind natürlich auch schon in einem Alter. Vielleicht liegt es ja... Das ist natürlich auch gemein, irgendwie zu sagen, das machen die, weil die sind halt alt und wissen es nicht besser. Also das ist... Nein. Also das... Da möchte ich natürlich niemanden beleidigen. Dann müsste man dann jetzt tatsächlich die jüngere Generation fragen, die wir jetzt leider gerade gar nicht auf dem Sofa haben. Schade. Weil ich Fraktus sehr lustig finde. Immerhin. Siehst du... Die finde ich wiederum abgeschmackt. Aber da wird zumindest ein vorhandener Kontext sehr klug bedient, statt dass ich irgendwie so tue, als sei einer vorhanden... Egal. Okay. Also das ist ein Thema für einen unsinnigen... Ja, das ist jetzt... Das machen wir eine Sondersendung, ne? Das ist ein sehr großes Thema. Das vergleichen Sie für Fraktus. Das machen wir dann noch ein andermal. Das machen wir dann so ein Tod von Maurice Summe. Nein, um Gottes Willen. Das ist ja noch... Wahrscheinlich hoffentlich sehr, 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 sehr lange hin. Ja, dann wollen wir die Punktevergabe machen. Wir zeigen aber schon mal das Cover. Hatte ich denn ein Cover? Oh Gott. Doch, ich glaube ich hatte ein Cover. Ja, es gab schon ein Cover. So sieht es aus. Na ja, natürlich. Das passt. Tiger, was sagst du denn? Wie viele Punkte würdest du diesem Album geben? Drei. Drei. Drei Punkte. Jan? Das kriegt zwei, weil 20 Minuten Jam halt auch schon ganz schön cool sind. Okay. Stefan? Vier. Und bei mir sind es wieder drei. Heute ist bei mir so die große Zeit der... mehr oder weniger fast alles nur im Drei-Punkte-Bereich. Sehr gut. Ähm, also Eule und das Album trägt den Titel Naturtrüb am 6. März, glaube ich. Kommt es zusammen mit dem Buch raus, wenn ihr lieber die Texte... Aber die Art und Weise des Vortrags hat natürlich auch was für sich. Insofern ist es vielleicht schon ein ganz Schlaues als Hörbuch zu sehen mit Musik dann. Ja, sie bieten auch Konzerte und musikalische Lesungen an. Also man kann beides bei Ihnen machen, wenn man möchte. In Hannover kommen Sie leider wahrscheinlich nicht. Dann werden wir uns mal gespannt, dann mal zu untersuchen, wo sich das unterscheidet. Also das eine oder das andere. Aber egal. Wahrscheinlich nur im Backstage-Bereich. Und dem Rider, dem Technical. Ähm...